Hi, ich bin Sophia aus Rumänien und ich bin hier, um dir was zu sagen, wovon du wahrscheinlich nichts weißt. Jeder Mensch hat die Macht, Menschen zu verändern, sogar Idioten. Aber bevor ich fortfahre, like und abonniere doch diesen Kanal. My Story Animated wird einer glücklichen Person, die in den kommenden sieben Tagen abonniert, 1000 Dollar schenken. Sag also deinen Freunden, deiner Schwester, deinem Bruder oder deiner Mutter Bescheid. Die Leute in meiner kleinen Stadt hielten mich für das süßeste Mädchen mit meinen roten Haaren und sie waren total vernarrt in mich. Jeder bemerkte mich, egal wohin ich auch ging und sprach mich an oder fing mit mir an zu lachen. Ja, ich habe es genossen, aber ehrlich gesagt, manchmal hat es mich ein bisschen überwältigt. Als ich drei war, war ich eines Tages bei meiner Nachbarin und ihr Sohn setzte mir eine Papierkrone auf den Kopf und bot mir einen Ausritt an. Sei gegrüßt, Sophia, die Königin von Rumänien. In dem Moment kam seine eifersüchtige kleine Dämonenschwester aus dem Nichts und schob mich von seinem Rücken. Nein, sie ist hässlich. Dann schmierte sie mir Leim in meine Haare. Ich schob sie weg und hätte sie angegriffen, wenn Mama mich nicht weggenommen hätte. Meine Eltern weinten den ganzen Abend und ich versuchte sie zu trösten. Es ist in Ordnung, Mama, Papa. Es wird nachwachsen, schöner als zuvor, versprochen. Schließlich schnitten sie mir meine Haare ab und es wuchs alles in ein paar Monaten wieder nach. Als ich vier war, begann Mom mich zu einem kleinen Bauernhof zwei Stunden entfernt von unserem Haus mitzunehmen, wo sie meine Haare nur mit Ziegenmilch gewaschen haben. Das war verrückt, aber mit Schafen und Ziegen zusammen zu sein, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich geweigert, sie meine Haare waschen zu lassen, es sei denn, ich durfte die Ziege selbst melken. Ich habe zwar vier Stunden gebraucht, aber ich habe getan, was mir Spaß macht. Papas Lieblingsbeschäftigung war, jeden Abend damit zu verbringen, meine glänzenden Locken zu bürsten. Aber ich stimmte nur zu, wenn er mir Geschichten vorlas. Eines Tages verschickte Papa ein Bild für einen Modeljob und ich wurde angenommen. Ich sagte meinen Eltern, dass ich doch erst fünf sei und meine Kindheit anders genießen möchte. Sie versprachen, dass der Job nicht lange dauern würde und sagten, es würde sie sehr stolz und glücklich machen. Also stimmte ich zu. Und dann begann ich für die folgenden Jahre zu modeln. Als ich in der neunten Klasse war, war ich ein ziemlich beliebtes Haarmodel für alle Arten von Shampoos und Haarprodukten. Aber es machte mir nie wirklich Spaß. Man hat mir Make-up ins Gesicht geschlagen und ich sollte vor der Kamera posieren. Eines Tages wollte ich meinen Eltern sagen, dass ich keine Lust mehr hatte. Aber dann hat Dad mit meinem Agenten telefoniert und gesagt, dass es ein Vorsprechen für die Rolle der kleinen Meerjungfrau gibt. Mama, Papa, ich bin fertig mit all dem. Bitte lasst mich einfach das Leben leben, was ich möchte. Nicht das, was ihr wollt. Damit stürmte ich in mein Zimmer. Und nein, ich ging nicht zu diesem Vorsprechen. Monate später sagte Dad, dass ich ein Jobangebot als Schauspielerin in L.A. bekommen hätte. Ich wusste, dass wir dorthin mussten. Es ergab keinen Sinn zu protestieren, aber ich dachte mir, dass die Staaten das Land der Freiheit sind. Und sobald ich dort ankäme, wäre ich freier. Und einfach so sind wir um die Welt geflogen und haben uns in L.A. niedergelassen. Es war wirklich anders als zu Hause, aber ich dachte nur an die Schule. Ich wollte gut sein, damit ich Jura studieren konnte. Als ich an meinem ersten Schultag den Flur entlang ging, kam plötzlich jemand auf Rollschuhen angerast. Das Einzige, was ich sehen konnte, waren die schönsten blauen Augen, bevor wir beide auf den Boden fielen. Eine Minute lang schauten wir uns in die Augen, während mein Herz wie wild schlug. Irgendwo knallte jemand eine Schranktür zu und er sprang auf. Ich erlächelte und nahm meine Hand, um mir aufzuhelfen. Ja, es tut mir auch leid, dass ich dich nicht noch härter geschubst habe, Ketchup-Kopf. Und damit ließ er los und ich fiel zurück auf meinen Hintern. Er grinste nur und lief davon. Ich starrte ihn ungläubig an. Was für ein erstklassiger Idiot! Ich hoffte wirklich, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben würde. Aber zu meinem Entsetzen stellte sich heraus, dass er in meiner Klasse war. Ich wusste nur, dass er mir das Leben schwer machen würde. Die Lehrerin bat mich, mich vorzustellen und ich trat vor die Klasse. Hallo zusammen, mein Name ist Sophia und ich bin von... Bevor ich selbst sprechen konnte, brach der Junge in ein Lachen aus. Von welchem Planeten kommst du? Haben alle Aliens dort Haare wie Elmos Fell? Und reden alle so, als wären sie dumm? Brian, so redet man nicht mit einem Mädchen. So kann man mit niemandem reden. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so... Ähm, wie nennt man das? Gut aussehend? Atemberaubend? Verträumend? So unhöflich? Ja, so unhöflich ist wie du. Und mach dich nicht über meinen Akzent lustig. Ich bin stolz drauf, woher ich komme. Wow, jetzt ist dein Gesicht so rot wie deine Haare. Werden alle Ketchup-Köpfe so wütend? Nur wenn sie so dumme Leute wie dich treffen. Jemand von hinten rief. Man, nehmt euch ein Zimmer, Leute. Welches Zimmer? Ich bin neu hier. Kann mich jemand führen? Oh ja, das werde ich. Alle fingen an zu lachen, als er aufstand. Ich verstand nicht wirklich, was so lustig war, aber der Lehrer schlug auf den Tisch, um alle zum Schweigen zu bringen. Brian, das reicht. Bleib heute zum Nachsitzen hier. Ach, erzähl mir was Neues. Der Lehrer hat sich aber entschieden, ihn für den Rest der Stunde zu ignorieren. Später beim Mittagessen fand ich von all den Mädchen heraus, dass Brian der nervige Sohn eines reichen Geschäftsmannes war und er war einfach immer in Schwierigkeiten. Auch die Schulleitung sagte nichts, da seine Eltern große Spender waren. Wenn ich du wäre, würde ich ein bisschen aufpassen, du scheinst dein nächstes Ziel zu sein. Pff, ich hab keine Angst vor einem dummen Idioten. In diesem Moment ging Brian mit einem blonden Mädchen zu meinem Tisch und sagte, hier, eine neue Freundin, sie spricht wie ein Roboter, aber nicht wie ein Ketchupkopf, vielleicht eher ein Senfkopf. Hör zu, ich muss ehrlich sein, du hast einen schönen Akzent. Siehst du, ich kann auch nett sein. Wie wär's mit einem Kuss? Ich spürte, wie mein Temperament wieder aufflammt und stieg von der Bank, um in sein Gesicht zu schlagen. Aber bevor ich ihn angreifen konnte, drehte er sich um, um den Raum zu verlassen und ich beschloss, ihn gehen zu lassen. Am nächsten Tag ging ich in das Klassenzimmer für den Chemieunterricht, doch niemand war da. Es stellte sich heraus, dass er ins Labor verlegt worden war und ich war 15 Minuten zu spät, als ich das herausfand. Ah, du musst Sophia, die neue Schülerin sein. Wir wiederholen das Experiment in Pan. Brian hat noch keinen Partner. Ich konnte nicht glauben, dass ich mit ihm in einer Gruppe war. Eine Weile lang lief alles gut und als Brian mir den Becher reichte, berührten sich unsere Finger für eine Sekunde. Ich konnte schwören, dass ich Funken spürte. Ich schaute zu ihm hoch und sah, dass er mich auch ansah. Willst du was sagen? Plötzlich kam er ein wenig näher und mein Magen machte ein paar Saltos. Wollte er mich küssen? Ich habe mich nur gefragt, warum atmest du so laut wie ein Drache? Ich kann deine Nase pfeifen hören. Ah, naja und ich kann dein Gesicht reden hören. Also, ich denke, wir sind quitt. Dann stürmte ich mit meinen Laborergebnissen zur Lehrerin. Ich war fertig mit diesem Jungen. Für die nächsten zwei Jahre auf der Highschool war er weiterhin ein Idiot. Er hat mich die ganze Zeit beschimpft oder mich verarscht. Ich wusste, dass er nur versuchte, eine Reaktion aus mir herauszuholen und der beste Weg, mit Mobbern wie ihm umzugehen, war so zu tun, als ob er nicht existierte. Eines Tages, als ich in der Bibliothek war und an einer wirklich komplizierten Matheaufgabe saß, zog jemand plötzlich mein Notizbuch weg. Worüber weinst du, Tomatenkönigin? Dein dämliches Tagebuch? Äh, äh, liebes Tagebuch, Brian ist so gemein zu mir. Gib mein Heft zurück, ich hab keine Zeit für deinen Blödsinn. Sieht aus, als wärst du so dumm, wie du aussiehst. Du hast die Aufgabe komplett falsch gelöst. Ah ja, und du willst mir sagen, wie man das richtig macht. Da du mich praktisch um Hilfe anbittelst, klar, ich kann zu einem Mädchen in Not nicht Nein sagen. Und dann setzte er sich einfach hin und fing an, hektisch in mein Notizbuch zu schreiben. Eine Minute später warf er den Stift weg. Und so wird das gemacht. Gib mir das. Warte. Was? Das ist, das ist sogar die richtige Antwort. Ich starrte völlig geschockt in sein selbstgefälliges Gesicht. Wie kommt es, dass du immer so schlechte Noten bekommst? Warum lässt du alle denken, dass du so dumm bist? Das geht dich gar nichts an. Aber Brian, wären deine Eltern nicht wirklich stolz, zu wissen, dass du so schlau bist? Plötzlich stand Brian von seinem Stuhl auf und sah wütend aus. Was weißt du über meine Eltern? Nichts. Es wäre ihnen egal, wenn ich so schlau wie Einstein wäre. Sie sind zu beschäftigt damit, miteinander zu streiten, als für mich Zeit zu haben. Also halt dich da einfach raus und denk nicht, du wüsstest etwas über mich. Und mit diesem Ausbruch stürmte er davon. Zum ersten Mal tat er mir ein bisschen leid. Ein paar Tage später gab die Lehrerin die letzten Matheaufgaben des Semesters zurück. Brian, du musst das letzte Schuljahr wiederholen. Ich möchte dir noch eine letzte Chance geben. Ich gebe dir noch eine Aufgabe und wenn du gut abschneidest, bestehst du. Ähm, danke, aber nein, danke. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich versuchte, mich aufzuhalten, aber ich konnte einfach nicht. Brian, du weißt, dass du es kannst. Ich kann dir dabei helfen, aber ich glaube, du brauchst gar keine Hilfe. Miss, er ist wirklich ein Genie. Er verdient es wirklich nicht, durchzufallen. Alle starrten uns jetzt an und Brian sah wütend aus. Nein, bin ich nicht. Wer bist du, Ketchupkopf, mein Schutzengel? Ich will nur nicht, dass du sitzen bleibst, Mann. Warum kümmert es dich? Ich will keine zweite Chance. Hör auf, dich wie Mutter Teresa zu benehmen. Und damit stapfte er aus dem Zimmer. Was für ein sturer Idiot. Als ich an diesem Tag nach Hause ging, warteten einige schockierende Neuigkeiten auf mich. Papa ging es wirklich schlecht und er wurde freigestellt. Und zu allem Überfluss erfuhr ich, dass er krank geworden war, weil unser Einwanderungsstatus seit einigen Monaten bedroht war und er versucht hatte, das zu regeln. Wenn wir den Fall verlieren, müssen wir zurück nach Rumänien. Ich fühlte mich am Boden zerstört. Die nächsten Tage war ich nicht in der Schule, um Mama dabei zu helfen, auf Papa aufzupassen. Als ich endlich zurückkam, holte ich ein paar Sachen aus meinem Spind, als ich Brian hinter mir hörte. Oh nein, du bist zurück? Meine Augen fühlten sich viel besser an, weil sie nicht jeden Tag deine Haare sehen mussten. Ich wollte weggehen, aber er folgte mir weiter. Komm, was ist das große Geheimnis? Wo warst du? Tomaten anbauen, Ketchup machen. Wenn du es wissen willst, mein Dad hat in letzter Zeit zu hart gearbeitet und ist krank geworden. Also habe ich mich um ihn gekümmert. Ach, dein Vater tut mir so leid. Tut mir leid, dass er eine so dumme, hässliche Tochter hat. Und er hat sie aus Rumänien mitgebracht und arbeitet so hart, nur damit sie ein gutes Leben haben kann. Du hast ihn krank gemacht, Ketchupkopf. Du machst mich eigentlich auch krank. Damit hat er wirklich einen Nerv getroffen. Ich drehte mich um und gab ihm eine heftige Ohrfeige. Du bist nur ein verwöhnter, undankbarer Junge, dem alles in der Welt gegeben wurde und du willst es nur nutzen, um andere unglücklich zu machen. Warum ich überhaupt Mitleid mit dir hatte. Ich hasse dich. Und mach dir keine Sorgen. Bald genug wirst du mich niemals wiedersehen. Ein paar Tage später gingen wir vor Gericht, um unseren Einwanderungsfall zu klären. Aber leider entschied der Richter gegen uns. Da kam ein gut gekleideter Mann in den Gerichtssaal. Euer Ehren, ich möchte im Fall dieser Familie Berufung einlegen. Sie verdienen es, hier zu bleiben. Wir starrten den Fremden nur an. Als er anfing zu reden, er überreichte dem Richter die Papiere. Und zu unserem Glück änderte der Richter tatsächlich seine Entscheidung, und wir gewannen den Fall. Wir mussten nicht gehen. Während wir uns umarmten, drehten wir uns zu dem Mann um und dankten ihm. Aber Sir, wenn ich fragen darf, wer sind sie? Ich bin der Anwalt deines Freundes, Brian. Er wollte unbedingt, dass ich den Fall deiner Familie noch einmal prüfe. Oh mein Gott, Brian? Hat er es wirklich getan? Danach ging ich direkt zur Schule. Ich suchte überall und fand ihn schließlich allein auf der Tribüne. Er sah verblüfft aus, als er mich sah und ich mich neben ihn setzte. Brian, warum hast du das getan? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil du versucht hast, mir zu helfen, obwohl ich zu dir nur ein kompletter Idiot war. Und vielleicht, weil ich von Anfang an in dich verknallt war. Mein Gesicht brach in ein riesiges Grinsen aus. Ich wusste es schon immer. Du magst deinen Ketchup-Kopf. Und damit zog ich ihn für einen langen Kuss an. Ich lebe also schon lange in L.A. Bin Anwältin geworden und beschäftige mich hauptsächlich mit Einwanderungsfällen, weil ich anderen Menschen wie mir helfen möchte. Oh, und ich bin jetzt mit Brian verheiratet und wir haben eine wunderschöne Tochter Lea. Ich unterrichte sie Englisch und Rumänisch, denn das Lernen verschiedener Sprachen macht sie schlauer und verändert die Art, wie sie denkt.